Mein Name ist Christian Mayer, wir sind in der Zuckerlwerkstatt in unserer Produktion und ich bin vom Beruf Zuckerlmacher. Wien war weltweit bekannt für das Handwerk und es hat einfach viele Fabriken gegeben in Wien mit tausenden Zuckerlmachern, nur leider ist der Beruf komplett in Vergessenheit geraten und wir haben dann wieder zum Leben erweckt. Gerade zur Weihnachtszeit ist natürlich unsere Hauptzeit im Jahr für Zuckerl und da produzieren wir unsere Weihnachtsedition und ganz für weihnachtliche Sachen, wie zum Beispiel Tannenbaum oder Zuckerl mit Zuckerstangen drinnen und Zuckerl mit Merry Christmas drinnen und das ist natürlich gerade zu Weihnachten ein sehr süßes Geschenk, würde ich sagen. Und natürlich kann man bei uns in den Schaumanufakturen nicht nur zuschauen beim Produzieren, sondern man kann natürlich dort einkaufen und nachdem jetzt gerade leider Lockdown ist, kann man natürlich für die Leute, die trotzdem gerne Weihnachtszuckerl kaufen, einen Webshop und da kommt man hin unter der Adresse www.zuckerlwerkstatt.at und wir freuen uns extrem, wenn die Leute auch im Webshop einkommen.